Hallo, servus und grüß Gott. Heute möchte ich mit Ihnen über das Thema Chronik bei Facebook sprechen. Wie Ihnen sicher schon aufgefallen ist, kann man seit kurzem die Chronik aktivieren. Und das sieht so aus. Doch das Blöde ist, sobald Sie einmal die Timeline oder auch Chronik aktiviert haben, können Sie das nicht mehr rückgängig machen. Und somit hat das jetzt schon zu einigen Beschwerden geführt, wie kann man seine Timeline oder besser gesagt sein Facebook-Profil wieder zurückstellen, dass es so aussieht, wie es damals war. Ich werde Ihnen heute zeigen, wie Sie das machen können. Das Einzige, was Sie dafür brauchen, ist zuallererst den Browser Firefox und ein Add-on, was sich User Agent nennt. Wie Sie das ganz genau machen, zeige ich Ihnen jetzt. So, als ersten Schritt machen wir uns Firefox auf. Und hier seht ihr schon mein Profil. Im zweiten Schritt müsst ihr euch die Add-ons aufmachen. Also da gibt es auch die Tastenkombination. Oder ihr geht einfach auf Extras und Add-ons. Und geht bei Add-ons Suche, gebt ihr einfach User Agent Switcher ein. Dann auf Return und wird dieser gesucht. Ich habe ihn logischerweise schon und habe ihn schon hier. Habe diesen auch schon aktiviert. Und im dritten Schritt habt ihr dann entweder schon hier in der Symbolleiste dieses Symbol. Oder ihr geht wieder auf Extras und habt es hier. Müsst dann im Endeffekt auf Internet Explorer 7. Und sobald ihr das eingestellt habt, dann die Seite einmal aktualisieren. Und dann habt ihr nahezu wieder euer altes Profil. Der einzige Unterschied ist, dass alles ein bisschen weiter nach unten gerutscht ist. Aber sonst hat sich eigentlich nicht viel geändert. Und ihr habt euer altes Profil zurück. Na, hat es bei Ihnen funktioniert? Ich hoffe schon. Falls es nicht funktioniert haben sollte, bitte nutzen Sie doch gleich die Kommentarbox hier unten. Oder schreiben Sie uns auf Facebook und wir helfen Ihnen gerne. Ich hoffe, Sie haben nun wieder Freude mit Ihrem Facebook-Profil. Wenn dem so sein sollte, dann bitte leiten Sie doch das Video weiter und klicken Sie auf Gefällt mir. Und wie immer gilt, wir brauchen wir Kommunikation. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.